Tag Leute, ich wollte mich ganz kurz mal melden. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich die völlig überlasteten Auslieferfahrer von DHL ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht bringen könnte. Und vielleicht animiere ich ja noch euch dazu, auch das zu tun, was ich jetzt tun werde. Ich bin nämlich gerade zu meiner Packstation gefahren, wo ich immer meine Pakete empfange und abhole. Und ich dachte mir, ich hinterlasse dem DHL-Fahrer einfach mal einen kleinen Weihnachtsgruß. Und ja, ich denke, die haben das auch verdient, mal einfach ein außergewöhnliches Dankeschön von uns zu erhalten, die doch alles nur noch übers Internet bestellen. Also nicht alles, aber vieles. Ich denke mal, es gibt eine Menge Menschen, die ihre Weihnachtsgeschenke nur noch online kaufen. Und ihr könnt das natürlich auch gerne teilen. Je mehr ihr das sehen, desto mehr machen sie vielleicht mit. Und ja, die DHL-Fahrer werden sich sicherlich freuen. Dankeschön. Und fröhliche Weihnachten euch allen. So. Und da das ja hier wieder aufgemacht werden muss, um gefüllt zu werden. Eigentlich wollte ich es reinstellen, da geht aber nicht. Schade. Und wenn euch die Idee eben so gut gefällt, dann macht einfach mit und teilt gern auch das Video. Lieben für eine fröhliche Weihnachten euch allen. Tschüss.